Politkampf um Dokument zur Trump-Razzia Wieder eine Machtprobe zwischen der Biden-Administration und Trump, der Ex-US-Präsident und seine Freunde attackieren die Entscheidung, das Schlüsseldokument für die Durchsuchung von Mar-A-Lago nicht zu veröffentlichen. Donald Trumps Anwesen Mar-A-Lago in Florida, das die US-Bundespolizei-FBI Anfang vergangener Woche durchsucht hat. Nach der Razzia im Anwesen von Ex-Präsident Donald Trump widersetzt sich das Justizministerium Forderungen nach einer Veröffentlichung des Dokuments, mit dem die Behörden den richterlichen Durchsuchungsbeschluss erwirkt hatten. Das Ministerium erklärte, das Dokument müsse zum Schutz laufender Ermittlungen, bei denen es auch um die nationale Sicherheit gehe, unter Verschluss bleiben. Die eidesstattliche Erklärung der Ermittlungsbehörden enthalte höchst wichtige und detaillierte Ermittlungsfakten, außerdem hochsensible Informationen überzeugen. Sollte ein Gericht die Veröffentlichung des Dokuments anordnen, müssten so viele Passagen geschwärzt werden, dass der Text keinen bedeutungsvollen Inhalt mehr aufweisen würde, erklärte das Ministerium in Washington weiter. Das US-Justizministerium in Washington spricht von hochsensiblen Informationen, die unter Verschluss bleiben müssten. Agenten der US-Bundespolizei-FBI hatten am Montag vergangener Woche Trumps Anwesen Mar-A-Lago im Bundesstaat Florida durchsucht. In der Folge wurden der Durchsuchungsbeschluss und eine Liste mit in Mar-A-Lago sichergestellten Dokumenten veröffentlicht. Demnach befanden sich unter den Unterlagen auch solche, die als streng geheim eingestuft waren. Ermittelt wird demnach wegen möglicher Verstöße gegen ein Antispionagegesetz. Mehrere US-Medien und Politiker von Trumps republikanischer Partei fordern jetzt auch eine Veröffentlichung des Dokuments, mit dem der Durchsuchungsbeschluss beantragt wurde. Diese eidesstattliche Erklärung der Ermittler an die Adresse des zuständigen Richters dürfte zahlreiche Informationen zu der Untersuchung enthalten. Anhänger des Ex-Präsidenten bei einer Kundgebung am Sonntag in Wittminster im US-Bundesstaat Nijasi. Bei den Ermittlungen geht es um Dokumente, die Trump nach Ende seiner Amtszeit im Januar 2021 aus dem Weißen Haus nach Mar-A-Lago mitgenommen hatte. US-Präsidenten sind dazu verpflichtet, mit ihrem Ausscheiden aus dem Amt sämtliche offizielle Dokumente, darunter E-Mails und Briefe, an das Nationalarchiv zu übergeben. Trump hat die Durchsuchung seines Anwesens als politisch motiviert bezeichnet. Er unterstellt den Demokraten von Präsident Biden, die Justiz zu instrumentalisieren, um ihn an eine möglichen erneuten Präsidentschaftskandidatur 2024 zu hindern. Am Montag erklärte der Rechtsbobulist, das FBI habe bei der Razzia auch seine Reisepässe gestohlen. Medienberichten zufolge hat das FBI hat Trump seine beschlagnahmten Reisepässe bereits zurückgegeben. Das berichteten die Sender in BC und CBS unter Berufung auf Mitarbeiter des Justizministeriums und der Strafverfolgungsbehörden. Laut CBS hatte ein Ermittlerteam das beschlagnahmte Material auf Wichtiges und Irrelevantes überprüft und dabei die Pässe entdeckt. Der Sender berichtete, Trump sei am Montag schon vor seinem Social-Media-Post informiert worden, dass die Pässe aufgetaucht seien und diese zurückgegeben würden.